Hallo liebe Spotlight Dancers, hier ist Sandra und wie man sieht Chelsea. Wir melden uns heute von unserem letzten Corona Vlog. Ja, es ist soweit, wir können morgen am Montag wieder zurück ins Studio. Am 1. Juni, obwohl Pfingstferien sind, wir tanzen trotzdem. Wir sind einfach froh, wieder zurück ins Studio zu können. Und für den letzten Vlog habe ich mir etwas Spezielles einfallen lassen. Ich habe mir gedacht, ohne großes Tutorial ein einfach nettes, lustiges Mitmachvideo, Mittanzvideo zu machen. Und zwar zu einem schon ein bisschen älteren Lied, aber ich finde immer noch ein Klassiker, was gute Laune betrifft, zu dem Lied Cut Night Show. Und keine Angst, wir werden auch weiterhin vloggen, nur einfach nicht mehr jeden Tag. Das heißt, bleibt einfach in unserem YouTube Abo drinnen und dann verpasst ihr auch keine weiteren Vlogs mehr. Das heißt, bleibt einfach in unserem Video an, wir werden auch noch ein Klassiker, das ist 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 ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, 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 das ist ein Klassiker. Musik Musik